Eine Gruppe Schüler wandert sieben Tage lang rund 80 Kilometer und überquert dabei vier Landesgrenzen. Und alles, was sie für ihre Reise brauchen, haben die Jugendlichen auf ihrem Rücken. Das Ganze ist der sogenannte Hike, ein erlebnispädagogisches Projekt am Gymnasium am Giroweyer. Jetzt ist die Gruppe zurückgekehrt und ich habe den Lehrer hier im Studio und einen der Schüler. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid heute. So, ihr seid jetzt wieder angekommen von eurer Tour. Wie kaputt seid ihr jetzt? Ja, leg mal los. Ich war kaputt, relativ, aber ich bin auch, also mir geht es jetzt wieder gut und ich habe jetzt noch eine Blase, glaube ich, und noch ein paar Mückenstiche, aber sonst Schmerzen habe ich jetzt nicht mehr wirklich. Was hat Felix Nattermann, der Lehrer? Ja, also auch in meinen Knochen steckt noch der Hike, so ist es nicht. Füße und so, also die Fußsohlen sind es ja dann meistens, die dann nachher zum Schluss so ein bisschen Trouble machen. Und das ging, ach, ich bin kaputt. Also ich brauche jetzt auch Schlaf noch, den muss ich noch heute dringend nachholen. Ihr müsst mal ganz kurz erklären, was der Hike jetzt genau ist, damit die Zuschauer auch Bescheid wissen. Der Hike ist halt eine Wanderung. Wir wandern halt zum Beispiel 70, 80 Kilometer ungefähr und wir haben halt einen Rucksack auf, also jeder hat einen Rucksack. Wir nehmen ein Zelt, also das Zelt nennt sich Kote, nehmen wir halt mit und wir nehmen halt Gruppenmaterialien an sich noch mit. Das sind zum Beispiel Kotenkreuz, damit das Baumann hat, um es aufzubauen und Seile, Topf und so, damit wir halt auch kochen können. Und damit wandern wir halt mit möglichst wenig Geld und versuchen dann halt da, dann uns zu versorgen mit dem Geld. Und wir fragen halt auch bei Leuten an, ob sie uns vielleicht was gratis geben oder ein Angebot machen. Also so ein richtiges Erlebnis-Ding, ein richtiges Abenteuer. So und jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie war es jetzt? Also habt ihr überlebt, konntet ihr irgendwo übernachten? Was habt ihr alles erlebt? Was waren die besonderen Momente? Also wie man sieht, wir haben überlebt. Die anderen haben halt auch überlebt. Die besonderen Erlebnisse waren, wir haben halt am letzten Tag, das war für mich jetzt ein besonderes Erlebnis, da sind wir halt am Ziel angekommen. Wir haben das auch gefeiert und wir waren noch beim Schloss in Waduz, wir sind halt in Waduz angekommen, sind dann noch zum Schloss gelaufen und da haben wir dann noch ein bisschen gefeiert. Und wir haben halt Mittag- und Abendessen gratis bekommen bei einem super netten Hotelbesitzer. Und der hat uns dann auch noch ein Haus, ein Pfadfinderhaus organisiert und das halt alles gratis. Also wir haben ihm auch angeboten, dass wir ihm das Geld geben, aber er wollte halt einfach gar nichts dafür haben. Das war total nett von ihm. Du hast ja gesagt, wir haben ja einen Vorbericht auch gemacht über das Projekt, dass du als Lehrer dich kaum einmischt, also die Gruppe wirklich selbstständig ist und das Ganze auch selbst macht. Ihr habt ja selber die Route auch geplant und alles. Und du hast gesagt, wenn die Gruppe sich verleucht, dann laufe ich einfach grinsend hinterher und sage nichts. Ist es passiert? Habt ihr euch verlaufen? Wir haben uns nicht wirklich verlaufen. Wir sind, glaube ich, einmal 50 Meter oder so nicht in die Falschrechnung gegangen, aber vom Weg abgewichen. Dann haben wir es aber gemerkt und sind wieder halt zurückgegangen. Aber ansonsten lief alles eigentlich gut. Am Anfang gab es noch ein paar Startschwierigkeiten. Es war aber nicht mit der Route, sondern halt die anderen Jobs da waren ein bisschen. Zum Beispiel, wir hatten jetzt einen, der sich um die Unterkünfte kümmert, haben wir im Voraus ein bisschen versucht. Das hat nicht geklappt und an den ersten Tagen hat es auch nicht so gut funktioniert. Aber wir haben halt dann dazugelernt und dann ging es halt zum Ende hin deutlich besser. Also würdest du auch sagen, jetzt als Lehrer, dass die Schüler sich auch gut geschlagen haben in diesen sieben Tagen? Ja, total. Man darf das ja nicht vergessen. Das ist ja viel mehr, als dass man sich nicht nur verläuft. Also wir haben jemanden, der ist für die Kasse zuständig. Der hatte das gesamte Geld. Also das ist viel Vertrauen. Er hatte 500 Euro bei sich. Das sollte ich nicht verwahren. Jan Lukas als Teamleiter hatte die Karten für die Bahn dabei. Der musste beim Schaffner das dann abgeben und wenn der Zug ausfällt, dann müssen sie sich drum kümmern. Und es hat super geklappt. Das haben wir ganz toll gemacht. Und es gibt halt zwei Schüler, die sind vielleicht 13, 14, 15 Jahre alt gewesen. Die haben uns die ganze Strecke von Deutschland über Österreich, Schweiz nach Lichtenstein gebracht. Das haben die hingekriegt. Und ja, ich bin nur hinterhergegangen sozusagen und ein bisschen ausgewertet. Gab es denn auch mal so richtig schwierige Momente, wo man irgendwie nicht mehr konnte? Jetzt hat der Fuß weh, man war irgendwie total müde oder es gab keinen Schlafplatz. Gab es sowas? Also wir hatten am ersten Tag, da sind wir halt noch was, als wir im Zug angekommen sind, da sind wir noch was gelaufen, ein gutes Stück. Und da haben wir halt auch relativ spät erst eine Unterkunft gefunden. Und dann haben wir nachher auf einer Wiese gezeltet, haben halt vorher noch die Polizei gefragt, ob sie wissen, wo es was gibt. Und dann haben wir uns das halt erlaubt, dass wir da übernachten und unser Zelt aufbauen. Und das war halt dann auch schon gegen 22 Uhr, als wir fertig waren ungefähr. Also es war dann auch schon dunkel und wir wollten auch schlafen gehen, weil die Zugfahrt war anstrengend. Wir hatten Verspätungen, weil unser Zug, also wir haben den Anschlusszug verpasst. Und ja. Ihr seid ja durch vier Länder gelaufen, ne? Also Deutschland, also Süddeutschland, Österreich, Schweiz und Lichtenstein. Und ihr hattet ja auch das Motto Grenzgänger. Also ihr wolltet ja quasi das Flüchtlingsleben oder diese Flüchtlingsroute sozusagen nachempfinden. Wie war das für euch? Habt ihr das auch gemacht? Habt ihr euch vielleicht so ein bisschen auch so gefühlt? Seht ihr das Ganze jetzt ein bisschen anders? Wie würdet ihr das jetzt so sagen? Also ich sehe das, also ich bin halt, war halt noch nie gegen Flüchtlinge. Aber also ich habe, also ich finde, das war ein interessantes Erlebnis. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir haben, also es war halt Grenzgänger, weil wir halt Grenzen überschreiten wollten. Die Landesgrenzen, aber auch unsere eigenen Grenzen und die erkennen wollten und vielleicht auch noch was sozusagen wegdrücken, dass wir halt unsere Komfortzone weiter ausgebaut ist sozusagen. Was nehmt ihr mit aus dieser Woche? Sowohl jetzt einmal der Lehrer und auch der Schüler? Ja, also ich versuche jedes Jahr natürlich nochmal mehr diesen pädagogischen Aspekt zu steigern. Ich habe dieses Mal noch spezieller die Leute auf einzelne Sachen vorbereitet. Das heißt also, jeder Schüler hat zum Beispiel ein spezielles Ziel gehabt. Manche wollten Verantwortung dazu lernen, andere wollten initiativer werden, andere zuverlässiger. Andere wollten besser kommunizieren können und ich habe schon eine Vorbereitungszeit wirklich konkret für einzelne Leute, einzelne Aufgaben rausgepackt, einzelne Spiele gebastelt. Und das werde ich nächstes Jahr noch weiter ausbauen, weil ich gerade feststelle, dass dieses Individuelle sehr entscheidend ist, damit dann nachher die Leute auch wirklich wachsen können an den Sachen, woran sie gerne arbeiten wollen. Und du? Also mein Ziel war es, Verantwortung und Initiative zu übernehmen. Das habe ich besonders gemerkt mit der Initiative auf den Probe-Hikes. Wir hatten halt zwei Probe-Hikes. Beim ersten war ich Teamleiter, beim zweiten halt nicht. Und beim ersten habe ich halt auch relativ wenig gesagt, wir machen jetzt eine Pause. Da war mir halt auch unsicher. Und das war halt am Anfang auch noch so, aber ich wurde dann halt zum Ende hin, wurde ich halt relativ sicher und habe gesagt, wir machen jetzt eine Pause und war halt nicht mehr wirklich unsicher, sondern war halt sicher. Und mit der Verantwortung, das hat auch zum Ende hin gut geklappt. Allerletzte Frage. Wie geht es jetzt weiter? Was macht ihr jetzt die nächsten Tage oder heute, wenn ihr nach Hause kommt? Wir werden erst einmal gucken, dass wir die restlichen Spendengelder noch auf unser Konto bekommen. Wir haben ja Leute, die uns gespendet haben. Vielen Dank an die ganzen Firmen, die uns Geld gegeben haben dafür. Das Geld ging nicht für den Hike drauf, den haben wir selbst bestritten. Das Geld geht in unsere Förderklasse, internationale Förderklasse. Also Flüchtlingsklasse sozusagen, genau da geht das Geld hin ein bisschen bei uns. Wir wollten ja was Gutes machen. Wir werden noch ein bisschen was nachbereiten. Es wird ein Nachtreffen geben, aber jetzt erstmal gibt es Ferien und Ausschlafen. Also bei mir auch dasselbe. Ich werde, denke ich mal, noch mit der Familie noch wegfahren. Und wir werden Urlaub machen, entspannen. Und ja, das Nachtreffen organisieren wir noch und da grillen wir, denke ich mal, irgendwie sowas in der Art. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt erstmal eine gute Nacht, eine gute Erholung und schöne Sommerferien. Schön, dass ihr da wart heute. Danke für die nette Einladung. Danke für die